Musik Wir sind jetzt hier am Eingang der Fischtreppe. Hinter mir ist das Kraftwerk Frankenhofen. Der Fisch, der die Wertnach hochgeschwommen kommt, würde am Kraftwerk eine unüberwindbare Barriere vorfinden. Der Fisch lässt sich aber durch die Lokströmung, die man hier neben mir sieht, anlocken und steigt die Fischtreppe nach oben. So, jetzt sind wir am freien Fließgerinne einer Fischaufstiegshilfe. Warum bauen wir mal sowas und mal sowas? Ganz einfach, wir wollen so ein Fließgerinne nicht einfach als Betonbauwerk in die Landschaft setzen. Wir wollen auch natürliche Landschaft nachahmen. Und an einem Stück wie dem hier können wir das sehr gut machen. Es geht VW eben auch darum, ökologische Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen, nicht nur für die Fische, sondern auch für die Menschen. Wir haben hier erlebbare Natur. So, wir sind jetzt hier am Vertical Slot. Vertical Slot ist ein technisches Bauwerk, um den Fischen die Möglichkeit zu geben, innerhalb einer kurzen Distanz ziemlich an Höhe zu gewinnen. Vertical Slot besteht immer aus sogenannten Beruhigungsbecken und Steighilfen. Hier sind wir an einem Beruhigungsbecken, Ruhebecken für die Fische. Wenn Sie gerade eine Steigstufe des Vertical Slots klommen haben, hier können sich die Fische ausruhen, bis sie dann die nächste Stufe weiter hinauf müssen. Das ganze Bauwerk ist dafür da, um den Fischen in einer relativ kurzen Distanz zu ermöglichen, eine relativ große Höhe zu erklimmen. So, wir sind jetzt hier auf der Auslaufseite der Fischtreppe am Kraftwerk Frankenhofen. Hier finden die Fische nach ihrem Aufstieg durch die Fischtreppe wieder zurück den Weg in den See und weiter hinauf die Wertach bis zur Quelle. Wir haben hier ein Durchflussvermögen im Moment von ungefähr 600 Liter pro Sekunde. Auf diese Menge wird die Fischtreppe eingestellt, damit wir a nicht zu viel Wasser in der Wertach zur Stromgewinnung verlieren, aber auch b genügend Wasser da ist, damit die Fische angelockt werden. So, hier wird noch einmal kurz erklärt, der Grund dieses Bauwerks, die Art der Fische, die hier wandern innerhalb der Fischaufstiegshilfe und ein paar Bilder vom Bau, wie wir die Natur umgestaltet haben, von einer grünen Wiese über eine Wüstebaustelle bis hin zum fertigen gesamten Bauwerk mit, wie gesagt, Vertical Slot, offenen Pliesgerinne und wieder dem Einlaufbauwerk und Undockströmung, damit die Fische auch diese Fischtreppe annehmen und neben dem Kraftwerk vorbei zu ihren Leichtplätzen gelangen können. Wenn Sie gerade die letzte Vertical Slot Stufe erklungen haben, ja nochmal, Sie haben sie nicht erklungen und Sie haben sie nicht. Ach kommt jetzt Leute, wenn ihr zu dritt lacht, wie soll ich? Oh Gott, er grinst, er grinst, er grinst. Schön, dass ich euch zum Lachen bringen kann. Was war jetzt wieder falsch? Das ist gut, das verdreht die Augen, das ist ein, ich hab's auch nicht gedreht. Schnitt. Schnitt. Gut. Ich liebe dich auch. Hallo Schwan, willst du auch ins Fernsehen? Jetzt haben wir doch mehr Schiss als Vaterlandsliebe, ja. Alles. Boit니.